Ich lerne Deutsch. Nummer 15.575 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Nimm Rücksicht auf deine Mitmenschen im Straßenverkehr. Sei ein rücksichtsvoller Autofahrer und Fußgänger. Nimm Rücksicht auf deine Mitmenschen im Straßenverkehr. Sei ein rücksichtsvoller Autofahrer und Fußgänger. Wir sollten Veränderungen als Chance begreifen, unser Leben bewusst zu gestalten und uns weiterzuentwickeln. Wir sollten Veränderungen als Chance begreifen, unser Leben bewusst zu gestalten und uns weiterzuentwickeln. Die Städtereise nach Paris war ein kulturelles Erlebnis. Wir haben uns gegenseitig die Geburtstagsgeschenke überreicht. Wir haben uns gegenseitig die Geburtstagsgeschenke überreicht. Hier bedeutet gegenseitig, dass beide Personen dem anderen ein Geschenk gegeben haben. An besonderen Tagen veranstaltet die Stadt ein Feuerwerk. Die Begeisterung der Kinder für das Spiel ist ansteckend und breitet sich im ganzen Raum aus. Die Begeisterung der Kinder für das Spiel ist ansteckend und breitet sich im ganzen Raum aus. Kompetenz im Umgang mit neuen Technologien ist in der modernen Welt von entscheidender Bedeutung. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.